Und jetzt kommen wir mal zu dem wichtigsten und zwar zu dem Timer. Hallihallo Freunde, heute geht es wieder mal um die Standheizung, obwohl ich eigentlich letztes Mal gesagt habe, dass es das letzte Video dazu ist. Aber es gibt einfach neue Technik und das möchte ich euch natürlich nicht verheimlichen. Und zwar geht es um dieses kleine Päckchen hier. Und zwar als allererstes natürlich erstmal einen schönen Gruß an Tiger Expert. Und zwar haben die mir dieses kleine Teil zur Verfügung gestellt. Das ist nämlich ein neues Bedienelement für die Planar 2D mit Zeitschaltuhr und allem drum und dran. Und weil es da einfach nicht so viel zu zeigen gibt, wie das angeschlossen wird. Es wird nämlich einfach nur der Stecker von dem alten Bedienteil abgemacht und der neue rein. Und dann seid ihr auch schon durch damit. Deswegen möchte ich euch mit dem Video hier jetzt mal zeigen, was ihr mit dem neuen Bedienpanel sozusagen alles anstellen könnt. Und warum das überhaupt Sinn macht, das zu kaufen oder auszutauschen gegen das alte Bedienpanel. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar könnt ihr natürlich genau das gleiche machen wie mit dem alten Bedienpanel auch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nur ihr habt hier einfach um einiges mehr Möglichkeiten. Ganz, ganz wichtig ist dabei natürlich, dass ihr mehrere Knöpfe habt als bei dem anderen Bedienpanel. Und dass ihr eben eine Funktion habt, die mir persönlich am allerbesten gefällt, ist natürlich die Zeitschaltuhr. Also das heißt, ihr könnt jetzt wirklich auswählen, wann soll meine Standheizung anlaufen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Winterzeit. Oder auch wenn ihr sagt, wir wollen die über Nacht nicht laufen haben, aber um 6 Uhr soll sie halt einfach anspringen. Aber wir fangen natürlich ganz, ganz vorne an. Und zwar ist es so, wir haben jetzt hier einfach die Uhrzeit und den Tag, den wir jetzt heute haben. Wenn wir mit den Pfeiltasten jetzt hier rumspielen, dann sehen wir die Temperatur an der Standheizung selber und an dem Bedienelement. Und wir können zusätzlich noch einen Temperatursensor einrichten bzw. anschließen. Und den würden wir dann hier zusätzlich noch sehen. Weiter geht es jetzt im Menü. Und zwar können wir jetzt hier in ein richtiges Menü springen, was wir natürlich vorher auch nicht hatten. Hier haben wir die Time, also da können wir die Uhrzeit und den Tag einstellen, den wir gerade haben. Dann finden wir hier die Spracheneinstellungen. Wo für mich der aller einzige Nachteil ist, bzw. ich sag mal ein Minuspunkt. Weil momentan gibt es die Version leider nur in Englisch und Russisch. Aber ich glaube jeder von uns kriegt ein bisschen Englisch hin und kriegt somit auch seine Standheizung in Gang. Also ich hatte gar keine Probleme, auch wenn die Anleitung nur auf Russisch ist. Hier haben wir noch die Auswahl für die Settings. Da können wir auch mal drauf gehen. Da kann ich euch mal ganz kurz zeigen, was ihr für Möglichkeiten habt. Also ihr könnt jetzt sagen, die Temperatur soll laut Bedienpanel sozusagen gesteuert werden. Dann könnt ihr, wenn ihr einen zusätzlichen Temperatursensor habt, dann könnt ihr diesen Temperatursensor als Referenz benutzen. Oder ihr könnt sagen, ich möchte an der Heizung die Temperatur messen und danach die Luft einstellen. Als nächstes können wir hier per Power, steht hier bei Power. Das sind die Leistungssteuerungen, die ihr von vorher auch kennen müsstet. Und hier können wir auswählen, welche Temperatur wir dann im Innenraum erreichen möchten. Weiter geht es im Menü mit den Options. Da habt ihr eigentlich nur Optionen für dieses Bedienpanel. Heißt Helligkeit etc. Könnt ihr nochmal ein bisschen was für das Bedienpanel hier einstellen. Das sind eigentlich nur Kleinigkeiten. Und jetzt kommen wir mal zu dem wichtigsten und zwar zu dem Timer. Hier könnt ihr draufklicken und seht gleich schon, dass ihr drei Möglichkeiten habt, einen Timer einzustellen. Das heißt, ihr wählt einfach den Tag, die Uhrzeit und dann startet eure Standheizung durch. Jetzt momentan ist es deaktiviert. Aktivieren könnt ihr das, indem ihr einfach sagt, den Pfeil nach oben. Dann seht ihr so eine kleine Welle. Und dann geht es jetzt zum Beispiel in dem Beispiel am Freitag um 16.55 Uhr los und eure Standheizung geht an. Sehr sinnvoll für den Winter. Sehr sinnvoll auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwo campen seid und sagt, ich möchte jetzt die Standheizung nicht die ganze Nacht durchlaufen lassen. Was ja bei der Planade Fall ist, weil sie nicht ausgeht, sondern nur runterfährt. Und dann könnt ihr eben dementsprechend sagen, okay, ich möchte morgens um 6 Uhr, dass die Standheizung wieder anläuft. Ja, wie ihr sehen könnt, das Bedienpanel geht auch immer wieder aus. Da habt ihr also nichts, was leuchtet. Vorher bei dem Bedienpanel hatte man immer so eine kleine LED, die zwar nicht gerade hell ist, wenn es hell ist, aber wenn es innen drin dunkel ist und ihr wollt schlafen, dann ist es echt schon gut nervig. Und das finde ich hier echt richtig cool. Zum Abschluss natürlich nochmal ganz kurz gesagt, wie aktiviere ich überhaupt meine Standheizung? Wenn ihr also jetzt euren Modus ausgewählt habt, den ihr verwenden wollt, dann könnt ihr jetzt einfach auf den dicken Button hier in der Mitte drücken und dann geht es auch schon direkt los. und die Standheizung startet ganz normal wie zuvor mit dem vorherigen Bedienpanel auch. Also Freunde, jetzt wisst ihr einfach, was das Teil mehr kann oder auch weniger kann, beziehungsweise weniger geht nicht, weil es einfach die vorherigen Funktionen alle mit inbegriffen hat. Und ich denke, ihr wisst, worum es geht. Ein kleines Labervideo mache ich. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne mal einen Daumen dafür nach oben und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also haut rein! Okay.